Oh mein Gott, jetzt habe ich aber die Schnauze von dir voll. Tschüss. Oh, echt? Tschüss, Johnny. Wir sehen uns bald wieder. Johnny, kann ich deine Handynummer haben? Nein, kriegst du nicht. Keine Handynummer. Ich fahre jetzt erstmal nach Disneyland. Tschüss. Ach, Disneyland ist aber so langweilig. Mickey Mouse soll sich nackt immer ausziehen. Johnny hat mich verlassen. Auf diese einsame Scheiß-Farm. Das sieht nicht aus wie die Animal Farm. Das ist die Augsburger Farm. Wo sind jetzt die Leute? Sie sind alle weg. Das ist aber scheide. Und dieser Brunnen ist ja total kaputt. Hallo, ist da jemand in den Brunnen gefallen? Ist ja dein kleiner Timmy reingefallen. Hallo, Timmy. Gleich kommt Lessie und rettet dich. Hallo. Hallo. Äh, ist jemand drinnen? Oh, oh, wer sind sie denn? Hallo, bist du auf meine Ose einer Koks-Farm gekommen? Wir machen hier, wir machen hier ordentlich Hanf und solche Sachen. Ach, ihr seid Drogendealer? Ja. Ah, wusstest du es noch nicht? Ich... Ah, cool. Und, 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 du darfst es niemandem weitererzählen. Ja, wir machen jetzt mal eine Hanf-Party. Ach, komm. Und, und, das ist, und das ist ja, das ist ja echt geil. Willst du mit mir nicht, nicht ins Disneyland? Ach, der Johnny hat mich abgewiesen. Ach, warum das denn? Ich bin so richtig froh, dass ich auf dieser Farm bin. Ich kann mir so richtig eine reinziehen. Na, Alter, das ist die beste Farm, die es hier gibt. Und ich bin, ich bin Mrs. Piggy. Mrs. Piggy? Du siehst aber nicht aus wie Mrs. Piggy. Ja, ich habe mir ein paar Pfund abgenommen. Aber schau mal, früher war ich fünf Pfund dicker. Und, und das ist Jenny. Och, Jenny? Jenny aus, Jenny aus Seattle? Hallo, Jenny aus Seattle. Und das ist die Augsburger Kiff-Farm. Und das ist unser Projekt. Wir wollen, wir wollen hier das, 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 das Millennium raufbeschwören. Echt? Und du, was wollt ihr hier? Wir wollen hier Hanf anbauen. Ja, genau. Und, und dann wollen wir Cannabis und alles Mögliche. Das darfst du nicht weitererzählen. Sonst kommt hier gleich, gleich die ganze Bagage an und beschlagnahmt es. Also, ja, das ist die. Oh, cool. Dann bin ich mit dabei. Ja, echt super. Oh, ja, Jenny aus Seattle. Da wirst du ordentlich was abhaben. Und weißt du noch? Das ist hier die Augsburger Farm. Oh. Das ist ja super. Sieht ja auch echt aus wie auf einer Kiff-Farm. Oh. Und jetzt machen wir erst mal eine richtig dröhnen uns ein. Da müssen wir mal eine richtig schöne Dröhnung rein. Oh. Komm mit. Wir dröhnen erst mal uns eine richtig rein. Oh. Das wird ja richtig super. Oh. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe mir in die Hose gemacht. Das stinkt wieder in der Auto. Ich habe mir so richtig eine in die Hose gemacht. Ich muss gleich mir jetzt erstmal... Lass mal stehen. Die Hose... Es stinkt ja so richtig im Auto. Ich habe mir eine händliche Hose...